Entführung von Christoph Berger, Untersuchungshaft für Geschäftspartner des mutmaßlichen Kidnappers, angeordnet die wichtigsten Fragen und Antworten zum Polizeieinsatz in Wallisellen und zum Entführungsfall. Dass Polizisten auf Tatverdächtige schießen, ist selten. Dass dabei jemand ums Leben kommt, noch seltener. In Wallisellen geschah am vergangenen Mittwoch beides. Züritte D. Am Mittwochabend hat die Polizei in Wallisellen einen Großseinsatz durchgeführt, um den Tatverdächtigen in einem Entführungsfall festzunehmen. Doch die Verhaftungsaktion misslingt. Der Mann zieht seine Waffe, es kommt zu einer Schießerei mit der Polizei. Dabei erschießt der mutmaßliche Entführer zuerst seine Begleiterin, bevor er selbst von mindestens einer Kugel aus der Waffe eines Polizisten getroffen und getötet wird.